Ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn du so Läufe einübst. Total unsauber zum Beispiel. Oder so. Also zwar etwas sauberer, aber total monoton und langweilig. Ohne überhaupt auf die Musikalität zu achten, auf einen schönen Klang und nur fokussiert auf die Finger, dass die irgendwie laufen. Ich sag dir, dann wird das nie etwas mit der Musik. Dann wirst du immer ewig brauchen, um die Stelle zu lernen. Du wirst im Orchester sitzen oder wo auch immer und die Stelle nicht abrufen können, weil die anderen vielleicht musikalisch spielen und dein unmusikalisches Spiel überhaupt nicht reinpasst. Und diese Stelle wird absolut langweilig klingen. Also übe Läufe nicht so.